Willkommen zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Deck-Profil und zwar diesmal zu den Wujins. Einer Deckart, die verdammt stark ist und es gehört wirklich zu den besten Deckarten überhaupt. Der Kern des Decks ist im Prinzip der Yamato, denn den lässt man so lange wie möglich am Leben, und zwar mit Handtraps wie dem Kranich oder mit abgeworfenen Karten wie dem Hasen oder der Schildkröte, um dann halt eventuell Xyz zu beschwören oder auch ganz einfach die Gegner damit zu zerstören. Es gibt hier ziemlich viele Kombis drin, die extrem krass sind, wo man öfters mal Karten zerstören kann, wo man sauleicht an Xyz kommt, man hat hier auch noch ziemlich viel Backrow drin mit den 5 Karten, das ist echt mehr als es aussieht, und hat dann hier noch das Bruderschaft der Feuerfaust und die Feuerformationselement, das ist ziemlich praktisch. Ist auf jeden Fall eine der besten Deckarten, ich würde sagen, wir machen es wie immer, wir gehen einfach die Karten durch, die drin sind, dann warum sie drin sind und ihre Effekte, und dann noch das Extra Deck. Und wir haben zunächst mal wieder 40 Karten im Main Deck, und davon sind 23 Karten Monster, nämlich 3x Bujin Yamato, 3x Bujin Hirume, 2x Bujin Mikatsuchi, 1x Bujin Arasuda, 3x Bujinji Kranich, 2x Bujinji Hase, 2x Bujinji Schildkröte, 1x Bujinji Quillen und 1x Bujinji Hundertfüßler. Dann 1x Aufrichtig, 1x Donnerkönig Ryo, 2x Bruderschaft der Feuerfaust Bär und 1x Bruderschaft der Feuerfaust Gorilla. Dann 12 Zauberkarten, nämlich 2x Bujin Inkarnation, 3x Feuerformation Tenki, 1x Feuerformation Tenzu, 2x Mystischer Raumterfun, 3x Kolostium des Kaisers, 1x Schwarzes Loch und nochmal 5 Fallenkarten, nämlich einmal jeweils die Fallenkarten, die auf 1 gesetzt sind, nämlich bodenlose Fallgrube, reißende Tribut, 2x der Verkehrungsgerät und ernste Warnung, die typischen 4. Und dann noch eine Spiegelkraft, weil ich sie mehr mag als das Submissionsgefängnis. So, Yamato ist die Keykarte des Decks, hat den Effekt, einmal wo du spielst du, während deiner Endphase, du kannst deiner Hand 1 Bujin Monster von deinem Deck hinzufügen und dann 1 Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen, du kannst nur 1 Bujin Yamato kontrollieren. Damit macht man das ganze Kartenmanagement, man kann damit nämlich jede Runde sich eine Karte hinzufügen, wie zum Beispiel den Kranich und dann sowas wie den Hasen abwerfen und dann hat man zum Beispiel schon mal einen Schutz im Friedhof und einen Schutz auf der Hand und Yamato wird mindestens mal 2-3 Runden überleben wahrscheinlich. Und darauf baut das Deck eigentlich größtenteils auf, wenn Bujin Yamato nicht kommt, ist Bujin schon mal deutlich schwächer, deswegen sollte man den möglichst vom Feld bekommen, wenn das denn möglich ist, wenn man gegen Bujin spielt. Aber, ihr seht, das ist gar nicht mal so einfach, den loszuwerden, denn der wird ziemlich hart in der Stütze im Deck. Dann haben wir noch Bujin Hirume, eine der besten Karten, wie ich finde, denn Hirume ist eine der neuen Bujins und die sind auch ziemlich nice. Ich persönlich finde es die beste Kombi, wenn man halt die alten Karten wie Yamato, Kranich, Hase, Schildkröte, Quilin und so mit den neuen Karten wie Hirume und Arasuda verbündet und das habe ich hier eigentlich, denke ich, ganz gut hinbekommen. Die anderen neuen Bujins sind mir jetzt nicht so wichtig, aber die beiden sollte man schon mal spielen, weil sie extrem geil sind und besonders Hirume. Der hat nämlich den Effekt, sie kann nicht als normalbeschwörung geschworen werden, leider, muss als Spezialbeschwörung beschworen werden von deiner Hand, indem du einen Bujimmonster von deinem Friedhof verbannst, außer Bujin Hirume. Falls diese Karte, die auf diese Art beschworen wurde, durch eine Karte deines Gegners, entweder durch Kampf- oder durch Karteneffekt zerstört, noch mit Friedhof gelegt wird und beide Spieler eine Hand haben, du kannst eine Karte abwerfen, dann wirft dein Gegner eine Karte ab. Das ist eigentlich ein ganz praktischer Effekt, weil man dadurch so Sachen wie Hase in Friedhof bekommt und der Gegner macht dann auch Minus. Aber in erster Linie ist Bujin Hirume halt für seine Beschwörung an sich halt ein Deck, denn das ganze Deck ist auf Stufe 4 gemacht, eigentlich jede Bujin-Karte ist Stufe 4 und auch die Bruderschaft der Feuerfaust-Karten sind hier 4, das heißt man kann auch ein reines Rang 4 Exi-Deck spielen hier, als extra Deck und deswegen ist Bujin Hirume ganz geil, weil man den halt sauleicht spezialbeschwören kann mit irgendeinem Yamato, der irgendwo im Friedhof rumgammelt, den man gerade nicht mehr braucht oder, keine Ahnung, mit irgendeinem anderen Vieh von Bujin und dann kann man halt Hirume specialen, dann auch irgendwas normalbeschwören und hat dann direkt einen Susanowo oder irgendwas anderes hier und das ist eine sehr leichte Kombi und auch eine, die eigentlich in fast jedem Duell zum Einsatz kommt, deswegen das ist schon sehr nice. Dann haben wir Mikatsuchi, der kleine Bruder von Yamato könnte man sagen. Der Effekt, wenn Bujin-Monster von dem Ungeheuer Krieger, das du kontrollierst, durchkampft oder durch einen Karteneffekt zerstört und auf den Friedhof gelegt werden, vor allem Yamato. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören, einmal pro Spielzug während deiner Endphase, falls in diesem Spielzug ein Bujin-Monster von deiner Hand auf den Friedhof gelegt wurden. Solange du diese offene Karte kontrolliert hast, du kannst deiner Hand einen Bujin-Zauber der Fallenkarte von deinem Deck hinzufügen. Damit füge ich mir halt immer die Bujin-Karnation hinzu, wenn ich den Effekt dann mal brauche. Ich brauche ihn eigentlich nicht oft, muss ich mal sagen. Man kann aber auch die Bujin-Insignien des Schwerts nehmen dafür. Die spiele ich nicht im Main-Deck, warum erkläre ich da noch. Aber man kann das gerne tun, aber das gleich noch erwähnt. Was halt auch noch geil ist an dem Mikatsuchi, ist halt, dass man, wenn man dann mal Yamato verloren hat, was extrem unwahrscheinlich ist, dass man halt den nächsten, direkt den nächsten Ungeheuerkrieger Bujin draußen hat und mit dem dann wieder Zeug machen kann. Und das ist schon sehr wichtig, weil nur Ungeheuerkrieger Bujin-Monster können auch gescheit von Kranich und so unterstützt werden. Deswegen sollte man am besten immer einen draußen haben, sag ich mal. Und auch die Wirkung vom Kolosseum des Kaisers zum Beispiel geht dann nicht direkt verloren, wenn der Yamato dann weg ist, weil man dann nichts mehr kontrolliert. Deswegen ist Mikatsuchi sehr wichtig. Vielleicht nicht dreimal im Deck, damit man ihn nicht zweimal auf der Hand hat, aber einmal sollte man ihn am besten auf der Hand haben. Das ist eine sehr schöne Absicherung. Dann haben wir den Arasuda. Den spiele ich nur einmal, weil ich ihn nur einmal brauche, aber einmal sollte man ihn schon spielen, weil er gar nicht so übel ist. Falls ein Bujin-Monster, das du kontrollierst, oder das sich auf deinem Friedhof befindet, verbannt wird, du kannst diese Karte als Spezialbespörung von deiner Hand in die offene Verteidigungsposition beschwören. Einmal pro Spielzug während der Endphase, falls deine Hand in diesem Spielzug eine Bujin-Karte von deinem Deck hinzugefügt wurde, außer indem du sie gezogen hast, solange du diese offene Karte kontrollierst, du kannst eine Karte ziehen und dann eine Karte abwerfen. Das ist ein ganz schöner Nebeneffekt, aber auch hier ist wieder die Spezialbespörung ganz praktisch. Und damit kann man wieder Exis machen, etc. Aber auch die Karte zusätzlich ziehen und eine Karte abwerfen, ist natürlich praktisch, wenn man zum Beispiel Hase oder so einen Friedhof haben will. Dann haben wir den Bujin-Jigranich, eigentlich die bekannteste Unterstützung. Immer wenn man einen Bujin-Monster angreift, muss man Angst haben vor ihm, denn er ist richtig nice. Es ist quasi eine Handtrap. Während der Schadensberechnung im Spielzug eines beliebigen Spielers, falls ein Bujin-Monster von dem Ungeheuerkrieger, das du kontrollierst, mit einem Monster eines Gegners kämpft, du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen. Die ATK deines Monsters werden während der Schadensberechnung zu Doppelhüften seiner Grund-ATK. So kann zum Beispiel ein Bujin-Yamato ganz schnell mal 3600 haben im Kampf und das ist richtig unfähren stark. Und damit kann man eigentlich über fast jedes Monster, das der Gegner kontrollieren kann, drüber gehen. Und wenn der Gegner euch angreift, dann verliert er meistens sein Monster und noch ein paar Lebenspunkte, weil er dann gerade nicht direkt aktiviert. Das ist eigentlich wie Onest, das man hier beispielsweise auch spielt, weil es ein Lichtdeck ist. Dann haben wir Hase. Den kann man halt abwerfen von seiner Hand mit diversen Bujin-Effekten und er kann dann im Friedhof den folgenden Effekt aktivieren. Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein Bujin-Monster von dem Ungeheuerkrieger wählen, das du kontrollierst. Es kann während dieses Spielzugs einmal nicht durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden. Und ja, damit kann man zum Beispiel einem Kampf halt entgehen, quasi, dass ihr dann Yamato verliert oder ihr könnt allen möglichen Crush-Karten entgehen. Und da die meistens eh nur einmal im Vorzug vom Gegner zum Einsatz kommen, reicht der Hase vollkommen aus. Und ihr habt zwei davon im Deck. Die Schildkröte erfüllt quasi denselben Zweck wie der Hase, nämlich sie beschützt und ein Monster von euch. Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, die oder der einen Bujin-Monster, das du kontrollierst, als Ziel wählt, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, annulliere den Effekt. Damit kann man ebenfalls alle möglichen gefährlichen Effekte halt loswerden, besonders halt die Zerstörungseffekte, die Yamato loswerden könnten. Dann haben wir den Quilin, der kann vom Friedhof verbannen werden, um einen Monster vom Gegner zu zerstören. Oder nein, sogar eine offene Karte. Okay, wusste ich gar nicht. Also wir können eine offene Karte zerstören, wenn wir den Einbujin-Monster von Typ Ungeheuerkriege kontrollieren. Das gleiche ist der 100-Füßler, nur der kann Zauber der Fallenkarten zerstören. Dann haben wir Aufrichtig, ähnlich wie der Kranich, ganz einfach. Dann haben wir Donnerkönig Rai-O, der ist sehr praktisch, weil er erst in Stufe 4 hat wieder. Dann kann der Gegner sich halt nicht so leicht Karten vom Dein weg hinzufügen und man kann Spezialbeschwörungen quasi nichtig machen und dann 1 gegen 1 tauschen. Deswegen ist Donnerkönig Rai ohne einem Lichtdeck eigentlich immer drin. Ist einfach eine schöne Karte. Ich sag mal so, der ist nicht umsonst auf 1, der ist eine ziemlich geile Karte. Dann haben wir das Bruderschaft der Feuerfaust-Element. Da sag ich immer, es ist besser, wenn man 2 Bären und 1 Gorilla spielt, anstatt 1-1, weil Bären eigentlich richtig geil sind. Also Bruderschaft der Feuerfaust-Bär ist eine richtig geile Karte. Gorilla ist zwar auch eine geile Karte, aber Zauber-der-Fallen-Karten muss man nicht so oft loswerden wie Monster. Deswegen finde ich den Bären etwas besser und spiele ihn zweimal. Die haben halt den Effekt, dass wenn man dem Gegner Kampfschaden macht, dass man sich dann halt eine Feuerformation aus seinem Deck setzen kann. Und mit dem Bär kann man dann halt einmal die Runde, wenn man eine Feuerformation halt opfert, ein Monster von Gegner zerstören und mit dem Gorilla eine Zauber-der-Fallen-Karte. Und damit kann man sehr gefährliche Gehörheiten vom Gegner loswerden. Und das ist immer eine geile Sache, weil man damit auch 4 Plus macht. Und dann kann man den, wenn man halt, ja, schon alle Feuerformationen verpulvert hat, alle Tankies geopfert hat, die man schon eingesetzt hatte, kann man den halt einfach weggexiesen. Oder man greift halt weiter mit dem an, wie man möchte. Dann haben wir die Bujin-Karnation als erste Zauberkarte. Ist auch die einzige Bujin-Karte außerhalb der Monster, die ich verwende. Wie gesagt, die Insignien und auch noch einige andere Sachen von Bujin kann man verwenden, ich mach's nicht. Warum genau, ja sag ich dann noch. Der Effekt von Bujin-Karnation, falls dein Gegner ein Monster kontrolliert und du keine Monster kontrollierst, wähle ein Bujin-Monster von deinem Friedhof und eins deiner verbrannten Bujin-Monster. Beschwöre die beiden gewählten Ziele als Spezialbeschwörung. Sie können nicht als Exil-Material für eine Exil-Beschwörung verwendet werden, außer für die Exil-Beschwörung eines Monster von dem Ungeheuer. Ungeheuer Krieger oder gefügeltes Ungeheuer. Ja, damit wollen die halt sicher gehen, dass man auch wirklich ein Bujin-Monster dann bespürt am besten. Und das ist dann eigentlich immer der Susanoo, der dann die ganze Kombi und die ganze Taktik wieder aufbauen kann, die eigentlich schon tot gespielt war. Deswegen ist Bujin-Karnation sehr wichtig, finde ich. Deswegen auch zweimal. Tanky dreimal, weil's Hammer ist, wenn man die Karte zieht. Und ich sag mal so, so schnell wie möglich will man den Yamato aufs Feld haben. Und mit Tanky bekommt man ihn so schnell wie möglich aufs Feld. Es ist selten, dass man ein Bujin-Duell macht, ohne den Yamato zu bekommen, weil's einfach, wie ich finde, eigentlich fast null zu kaufhängig ist. Ihr habt, wie gesagt, das ganze Feuer-Faust-Element, das sucht die Tanky. Tanky sucht den Yamato. Denn mit Tanky könnt ihr euch ein Monster von dem Ungeheuer Krieger, der Stufe 4 oder niedriger von einem Deck hinzufügen, eurer Hand. Und alle eure Ungeheuer Krieger-Monster, die ihr kontrolliert, erhalten als 100 ATK. Und, ja, 100 ATK ist jetzt nicht so mega viel, aber vielleicht ist es ja mal wichtig. Aber das wirklich, das Such-Element ist halt richtig geil, weil man dann diese Sachen wie den Mikatsuchi, den Yamato, den Hirume, seine Hand hinzufügen kann, den man grad braucht. Und natürlich als Opfer für die Bruderschaft der Feuer-Faust-Karten, damit die halt was zerstören können, ist Tanky auch ganz geil. Weil, Tenzu ist halt nice, weil damit kann man zwischendig zu seiner normalen Normalbeschwörung noch einen Monster von dem Ungeheuer Krieger als Normalbeschwörung bespüren. Und die halten wieder mal 100 ATK dazu. Ist halt nice, um Exis zu machen. So viele man möchte quasi, wenn man eh immer 1.000 Monster auf der Hand hat, die man grad nicht unbedingt auf der Hand haben müsste. Dann haben wir Mystischer Rom-Telefuhn. Auch eine geile Karte. Ich finde die hier einfach besser als die Finstere Bestechung, deswegen spiele ich sie. Aber das ist immer eure Sache. Ist eure Entscheidung. Ihr könnt da auch jede andere Karte wählen, die halt Zauber der Fallen kann. Zerstört aber Mystischer Raum-Telefuhn. Finstere Bestechung sind eigentlich die besten. Und deswegen, Typhoon in diesem Deck. Keinen tieferen Sinn hinterher. Ihr könnt genauso gut Finstere Bestechung spielen. Kolosseum des Kaisers ist mein Geheimtipp. Und das wird auch von, ja, recht vielen gespielt in einem Bujin-Deck. Gerade weil man halt im Bujin-Deck meistens nur einen Yamato auf dem Feld hat oder vielleicht einen Susanoo. Und mehr nicht. Und deswegen kann der Gegner dann halt nur ein Monster beschwören. Der Effekt genau ist, wenn sich ein oder mehrere Monster auf der Spielseite des Spielers, der diese Karte kontrolliert, befinden, kann sein Gegner kein Monster auf das Feld bringen, wenn er dadurch mehr Monster auf dem Spielfeld haben würde, als der Spieler, der diese Karte kontrolliert. Karten, die sich vor der Aktivierung dieser Karte auf dem Spielfeld befunden haben, bleibt von diesem Effekt unberührt. Sprich, der Gegner kann nicht mehr Monster kontrollieren als ihr, wenn ihr schon Monster habt. Und wenn der Gegner ein Exi-Deck hat und er darf nur ein Monster legen, hat er verloren. Ganz simpel. Dann haben wir ein Schwarzes Loch, zerstöre alle Monster auf dem Spielfeld, fast in jedem Deck drin. Genauso wie die vier Fallenkarten auf eins und ich spiele die Spiegelkraft und nicht das Dimensionsgefängnis, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich sie mehr mag, aber sie sind wie gesagt gleich gut. So, jetzt aber zu Buji Insignien, das Schwert. Eigentlich eine gute Karte, aber ich habe sie nicht drin, weil ich wirklich penibel achte auf die 40 Karten, das ist eigentlich dumm, man könnte genauso gut so spielen, das Deck wäre genauso gut, aber ich weiß nicht, ich habe die Erfahrung gemacht, dass 40 Karten einfach am geilsten sind, aber das ist ganz mein eigener Fetisch, ihr könnt auch da ruhig bis zu 45 Karten, sage ich mal, ist vollkommen okay, aber die 40 Karten ist also meins, deswegen Buji Insigni das Schwert. Meinetwegen einfach so machen, wenn ihr das wollt, meinetwegen auch dreimal, das ist eure Entscheidung. Der Effekt dieser Karte ist folgender, wähle ein Buji Monster in deinem Friedhof, füge das gewährte Ziel deiner Hand hinzu, wähle einen deiner verbannten Buji Monster, lege das gewährte Ziel auf den Friedhof, das ist einer der beiden Effekte, den man aktivieren könnte, kann man halt immer aussuchen, was gerade wichtiger ist, damit kann man sich halt immer was recyceln. Finde ich jetzt nicht unbedingt ultra wichtig im Main-Deck, da ich eigentlich immer genug habe, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich brauche die jetzt nicht zwingend, aber es ist immer noch eine gute Buji-Karte und wie gesagt, wenn man mehr als 40 Karten spielt, standardmäßig, dann kann man auch ruhig die Buji-Insigni das Schwert ein-, zweimal rein tun, vielleicht auch dreimal, wenn man Bock hat. So, dann kommen wir mal zum Extra-Deck, wieder mit 15 Karten, wie ihr es von mir gewohnt seid, nämlich Nummer 103 Ragnar 0, Nummer 50 Schwarzes Mais-Schiff, zweimal Nummer 101 lautlose R-Arc, übliche Ex-Citonen-Ritter, Majestor und der Dirigenten-Gin, Gagaga-Cowboy, Laval-Val-Kette, Diamant-Steil-Wolf, dreimal Buji-Intai-Suzanovo, einmal Bruderschaft der Feuerfaust-Tigerkönig und noch zweimal Buji-Intai-Kakutsuchi. Ragnar 0 ist dafür da, um halt Monster, die sich boosten, zu zerstören, ganz einfach und wenn der Gegner zum Beispiel eine Spielfeld-Zauberkarte hat, die all seine Monster boostet, kann man halt mit Ragnar 0 aufräumen und dann sogar noch Karten nachziehen, ist eine sehr schöne Sache. Dann haben wir das Mais-Schiff, ist ziemlich praktisch, um über so Sachen wie zum Beispiel Marshmallow oder so drüber zu gehen und dem Gegner dann sogar noch sicheren Burn-Schaden zuzufügen. Damit kann man sogar auch mal den Finisher machen, geht auch. Nummer 101, Lauter Serra Arc spiele ich zweimal, weil ich es oft zweimal brauche und das ist einfach so mächtig, warum nicht zweimal spielen, wir haben genug Platz hier drin. Exit-Torn-Ritter, Feld-Nuke, Dirigenten-Gin, um über verschiedene Monster drüber zu gehen, wo man halt mit einem anderen Monster vielleicht nicht unbedingt drüber gekommen wäre. Gagaga-Cowboy, Finisher. Laval-Val-Kette ist hier ganz praktisch, um so Sachen wie den Hasen oder die Schildkröte in den Friedhof zu bekommen und der Dial-Wolf, ja, wenn man eh schon mit Ungeheuren spielt, wie zum Beispiel den Hasen oder so, kann man den auch schön nutzen und die Monster landen dann im Friedhof, wo sie sich nochmal gut einsetzen lassen. So, Sanobo ist das beste U-Gin-Xe-Monster mit Abstand. Das kann in einem Duell locker den Yamato ersetzen und das finde ich ziemlich nice. Der Effekt dieser Karte kann alle Monster, die ein Gegner kontrolliert, einmal angreifen. Das ist ziemlich krass, zum Beispiel gegen Genryo. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Xe-Material dieser Karte abhängen, nimm einen Buje-Monster von deinem Deck und füge es entweder deiner Hand hinzu oder lege es auf den Friedhof. Du kannst nur einen Buje-Teil zusammen wo kontrollieren. Der Effekt ist ähnlich wie bei einem Yamato, dass man nur einen von denen kontrollieren kann und man braucht nur einen. Und wenn ihr beide einmal auf dem Feld habt, habt ihr so ein geiles Management an Karten, dann ist es wirklich schwer für eine Gegner noch zu gewinnen. Ich finde so Sanobo eine ziemlich nice Karte und dreimal sollte man ihn spielen, weil man ihn manchmal sogar dreimal braucht. Und die Karte ist richtig, richtig gut. Richtig gut. Der Tiger-König ist die letzte Bruderschaft der Feuerfausthilfe, die das Deck benötigt. Die ist ziemlich nice, weil ihr damit halt extra eine Feuerformation bekommt wie Tenki. Und ihr könnt damit auch die Effekte aller offenen Monster halt annullieren bis zum Ende des Zuges, bis auf ungeheuer Kriegermonster. Das heißt so Sachen wie Yamato werden nicht davon betroffen und deswegen lohnt sich die Karte auf jeden Fall einmal im Extra-Deck. Kagutsuchi darf fünf Karten abwerfen, dadurch landen so Sachen wie Hase auch mal am Friedhof. Und er kann zweimal einen Buje-Monster von dem ungeheuer Krieger von der Zerstörung retten. Und ja, zweimal sollte man ihn schon spielen, aber er ist nicht so geil bei der Zerstörung. So, jetzt zu den Kombis. Ich muss sagen, es gibt gar nicht so viele mega komplizierte Kombis bei Bujin. Das Problem ist nur das ganze Management. Und ich muss einfach sagen, ihr müsst Bujin üben. Ihr müsst mindestens mal fünf bis zehn Duelle mit dem Deck machen, damit ihr überhaupt mal eine Ahnung habt, wie das Ganze richtig funktioniert. Weil man hat sehr viele Monster auf der Hand immer. Man muss gucken, was man gerade im Friedhof braucht. Auch, ich empfehle es immer, einen Hasen auf jeden Fall im Friedhof zu haben. Schildkröte ist nicht so wichtig, aber Hase ist sau wichtig. Und einen Kranich in der Hintern zu haben. Und ihr müsst aufpassen, Yamato darf nicht sterben. Er darf nicht sterben. Wenn er stirbt, seid ihr sehr viel schwächer. Zwischendrin könnt ihr gerne mal das ein oder andere X-Z-Monster beschwören. Aber wenn ihr das Kolosseum habt, dann macht langsam. Der Gegner muss erstmal an eurem Vieh vorbeikommen. Und wenn er, wie gesagt, ein X-Z-Deck spielt, dann macht das Ganze zu einem selben Sieg. Lasst die Yamato draußen. Lasst ihn nicht zwei Sachen beschwören. Gewinnt einfach. Ich würde sagen, das war's für den Deck-Refile. Weil es ist doch recht viel Arbeit. Ich musste auch ein paar Markarten, weil ich mich versprochen habe oder so. Wie gesagt, Bujin ist ein bisschen komplexer. Und auch ein bisschen stärker als die anderen Decks. Aber wer sich gefallen hat, könnt ihr den auch noch umgeben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit vielleicht einem etwas weniger komplizierten Deck. Ciao!